weiter sieht so ekelhaft aus echt ba alter noch so weit ist ja wie ich eben schon sagte das ist hier kein einfaches durch rennen bis dahinten zu dem punkt sondern wissen wirklich mega aufpassen so klar erstmal nach zur sicherheit und die achts voll ja noch mal nachladen jetzt müssen wir sauber nehmen können so ist hier was die tür wurde von der anderen seite verriegelt super haben sie wahrscheinlich die die dorfwohnung eingeschlossen nach und hier auch okay kommen jetzt lang ach da so ich wette hier im wald jetzt in den waldstück sind doch bestimmt wieder soldaten wir müssen da hoch und dann rechts ja okay da wusste ich doch hat haben boxen die schon wieder unschuldige zivilisten ab oder was so der steht am feuer dreht sich jetzt um oder nicht das kümmer ach der geht weiter okay so versuchen wir uns den gleich mal zu holen aber es ist die frage ob der auch stehen bleibt wenn der so nah stehen wir können wir nicht kriegen mhm jetzt würde ich sagen ja oder naja wir warten nee wir warten doch noch wir warten doch noch so komm jetzt geh wieder mal zurück an die wand da komm so ist gut und jetzt holen wir uns den hoffe ich krieg der andere das nicht mit scheiße kacke wir sind fast tot scheiß muss er sich genau in dem moment umdrehen ach so ein Mist so komm verstecken wir euch mal ach schade der hat nix brauchbares dabei Mist wie sieht's bei dir aus Kumpel hast du was dabei ne auch nicht aber wir haben Medikids gefunden sehr schön so hier sieht man euch zumindest erstmal nicht ich meine ihr könnt ihr könnt gefunden werden aber man sieht euch zumindest erstmal nicht so na ach schon wieder welche alter lass doch die Dorfwohnen in Ruhe man oh wir haben schon wieder gesehen ja ja dafür gibt's die Putzfrau so ich sollte auch mal öfter nach oben gucken wenn ich so am schleichen bin fällt mir gerade was auf haben wir ja gerade gesehen wo das hinführt oh hier ist schon wieder schießt du ins Feuer? wo ist denn da der Sinn? komm jetzt geht er rüber ey also geht doch so jetzt müssen wir uns nur ein bisschen beeilen so komm dreh dich um und geh wieder zurück zur Mauer komm so genau jetzt beeilen schnell ah weiter Violet das reicht doch ey einmal so jetzt schnell den anderen holen so sehr schön so wollte ich das nämlich eben auch haben ohne dass wir hier auffallen so du natürlich auch noch so und weiter geht's so hier war ja jetzt vorne der Typ am Berg ne der uns da gesehen hatte na wo bist du du kleiner Wurzelmann ja jetzt ist die Frage wie kriegen wir den denn hier runter ey ich schätze mal den müssen da bleibt uns wohl nur eins ruhig den müssen wir auch locken oh da steht noch einer Mist ja dann was wie kannst du alter ey ohne wirst hast du hast du röntgen Augen oder so wie konntest du mich denn sehen scheiße ach der Sau alarmiert kacke ja gut da komm mal her ja jetzt kommt der hier ja nicht runter ach so was blödes ja komm schon hau ab da hinten ey was macht ihr denn da ist da Kriegsbesprechung oder was ey jetzt komm mal hier hin komm zack zack trab an Junge so genau so habe ich mir das gedacht so jetzt raucht er mal wieder eine der Typ da hinten was macht der der geht die ganze Zeit hin und her das hat sich sogar geeint so na komm ich bin hier unten komm 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 muss mal die paar Meter gehen jetzt raus jetzt macht er sich schon wieder eine an ne alter ja komm hier runter hier brauchst du nicht mal gucken ja jetzt komm ey jetzt sag nicht der macht sich schon wieder einen an Gott sei Dank wer kommt jetzt endlich hier runter alter ey das ist doch das ist doch ein Scherz jetzt komm hier runter man na gut dann halt so zack so scheiße ich hab kein Schalldämpfer mehr vorne dran haben aber auch das oh das hören die ja also bringt der Schalldämpfer eigentlich gar nichts so warten wir noch kurz bis der sich wieder berührt hat und seine Postenleiten zurückgeht dann holen wir uns den ja komm jetzt mach ganz normal weiter ja okay so der geht jetzt wieder dahin dann mach es jetzt seine normale Runde oder okay der muss wieder setzen ja jetzt müssen wir nur holen die jetzt könnten wir ihn kriegen kurz mal seine Spur so ein bisschen beobachten ich glaube der geht eigentlich nur vorwärts und zurück was geht eigentlich noch ja ne mega spannend so jetzt aber und denen was alter ey hinter jeder Ecke taucht neue auf das gibt's doch nicht ach so was blödes scheiße ey da hab ich echt nicht grad drauf geachtet ey hinter jeder Ecke steht einer krass so ist er jetzt hier gekommen ach da steht er da steht er doch da steht er doch da steht er doch und jetzt machen wir den Weg gleich fertig ach schön die geht so am Gang hinten rum muss aus sehr schön so komm jetzt können wir uns eigentlich holen ne noch nicht noch nicht ja jetzt komm weg komm Zeit ist Geld wer ist denn zeitig komm gut bleibt der jetzt da stehen oder geht der weiter oh der kommt wieder hin war schlecht okay der hockt sich da hin dann probieren wir es mal muss man nur ganz vorsichtig machen alter steh dich wieder auf jetzt machen wir hier nicht schiss dass du mich abknallen könntest gut den haben wir so direkt ab ins Schatten mit dir so okay Medikit ja so wo müssen wir jetzt denn lang ich denke mal ach die ist auch verregelt ich denke mal hier müssen wir jetzt lang so hier sind wir ja glaube ich hergekommen ne hinter dem Haus lang ach ne war da vorne das Haus glaube ich nach rechts okay das heißt ja wieder ach hier geht's runter gut ich dachte schon wir müssten da hinten wieder zurücklaufen ach spielstand wird gespeichert das ist immer gut naja ist die frage nur wie wir müssen ja auch vorsichtig vorgehen wir können ja nicht drauf gehen ne der ballert schon wieder das leere der geht da hinten hin der bleibt stehen da steht der ballert jetzt okay der geht weg gut dann holen wir uns jetzt äh ne wir gehen erst mal gut der geht wieder zurück da kommt der aus der Ecke also ich glaube wir holen uns jetzt erstens den der gerade aus der Ecke kam weil jetzt geht er zurück das werden die anderen beiden nicht merken na da da gibt's ja ups scheiße ich wollte eigentlich nur aufschönen weil ich falsch taste na komm wo bist du ja jetzt ist die frage kommt die hin oder ach Leute ihr findet doch einfach nichts gebt es doch auf das war alles Pustekuchen hier ich weiß auch noch gar nicht wie wir die Dorfbewohner retten retten wir die indem wir die anderen alle fertig machen oder wie retten wir die so der ist jetzt da stehen geblieben links der ist das der Eckengänger so komm gehen wir wieder zurück ja perfekt so jetzt jetzt holen wir uns den Eckenmann oder auch Eckenhocker scheiße schon wieder falsche taste Mann verdammt treffer juhu freudig pack dir nice naja hast du eben schon gesagt ich weiß aber wir müssen erstmal hier durchkommen ja bald wieder ins leere ich denke mal das wird hier meine leere sein so den haben wir mit dem Gewehr eine drüber gezogen und du kommst jetzt hier schön in die Ecke da finde ich auch keiner so wunderbar ja 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 alles verhielt so hier steht bald kein Stern mehr auf dem anderen woher willst du wissen bist du hier der Architekt oder was ja alter das ist doch wohl ein Scherz oder ey jetzt hat er sich da direkt vor dem Eingang positioniert ey das gibt's doch nicht scheiße äh ja wie machen wir das denn dann locken wir den mal so so machen wir das genau nein scheiße scheiße da kommt der da hin ey von von wo ach alter das gibt es doch nicht maaaan kacke ja Vielen Dank.